Finde mich im Rauch. Sei gegrüßt, Kriegerin. Sind diese Auen dein Langhaus, deine Metalle? Dies ist die Ritualstätte eines Drängers. Ich bin's, Gagyld. Ragnar Lothbrok verschworen mit Huger und Leib, Eisen und Leben. Ich suche jemanden, der mit mir den Brauch vollzieht und bis zum Tode kämpft. Verstehe. Du hast in mir nicht den schlechtesten Gegner gefunden. Dann gib dich der Dränger Seyder hin. Ragnar zeigte es mir in Obsalien neun Monde lang und ich habe nie wieder aufgehört. Ich kämpfe nur gegen jene, die sich auch berauschen lassen. Ansonsten hätte ich einen wahrlich ungerechten Vorteil. Was für ein Trank ist das? Mäht und gammliges Brot? Ein heiliges Ale, flüchtiger Geister. Mit Amanita Muscaria, Tors Pilz. Ragnar und ich stürzten diesen großen Trank vor jedem Raubzug. Oft sah ich, wie ihr die Gesetze des Kampfes überstieg. Trinke von dem Gebräu, das hier brodelt, und wir ergeben uns gemeinsam einem Rausch, dem nur einer wieder entkommen wird. Auf Odin, auf Thor, auf Freya und jede Valkyria und die Lothenhosen. Komm zu mir, Ragnar. Finde mich im Rausch. Mögest du mit starken Schalten auf Beef-Rösten, Tränker. Rausch! Ragnar und SteckerER Tite-Rösten, Ros Chioli. Dass seasideเหroläisede ... Oh, nedi, viel in Namen trägt. Jetzt kann der Eiferte mich sehen. Er öffnet seine Arme und nimmt mich rein. Du hast gut gekämpft. Unsere Reise war gerecht. Und deine geht nun weiter. Ich fliege davon. Lebe wohl. Ich werde den Gott der Dichtkunst kennenlernen. Ich werde den Gott der Dichtkunst kennenlernen. Ich werde den Gott der Dichtkunst kennenlernen.